heute gibt es items im überfluss wir haben nämlich gleich sehr viele scheren wahrscheinlich die wir irgendwie unterbringen müssen und ja schon viele scheren viele andere sachen die frage ist wir werden die sagen mal hier über schieben dass die wegkommen die können sich mal so ganz langsam und gediegen da rein sortieren was haben wir denn da das ganze kann sich auch eigentlich so langsam zwar mehr zwischendurch da reingediegen den so kann man das auch mal das ist ja gut naja für 6 war doch wenn man nur ein stack hat mt mt so wir können hier mal ein paar schreiber boxen hinsetzen so beziehungsweise würde ich jetzt tatsächlich sagen wir könnten eigentlich ja so machen ich werde nämlich jetzt tatsächlich da rein sortiert da können wir die einfach nachher bei uns im lager heraus droppen ne wahrscheinlich zack 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 so wo haben wir denn hier da können wir einfach da rein schmeißen zack dann sind sie nämlich gleich direkt weg zack 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 alles weg alles weg so jetzt haben wir hier natürlich natürlich noch ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr was wir da abbauen müssen zack 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 z diese auch wieder voll da können wir diese auch noch mitnehmen und dann haben wir natürlich gleich keinen platz mehr für irgendwas ja 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 das ist schon viel zu viele scheren hier das ist ich glaube wir müssen tatsächlich eine scheren fraktion hier gestalten da können wir alles mitnehmen so hier können wir noch die trichter rein schmeißen die sind nämlich in ordnung wenn sie weg gehen und die scheren kommt der andere schmeißen wir jetzt mal weg dann sind sie schon mal uns aus den füßen und so weiter geht es hier mit den sachen hier sind nämlich ganz viele flaschen drin die frage ist jetzt wie machen wir das ich sag mal das ist halt ja gut es wird wird halt jetzt ein bisschen ein bisschen im überfluss sein aber gut wir werden jetzt erstmal hier sehr viele items ganz viel liegen haben und dann können wir alle einsammeln ich würde auch fast sagen dass wir die jetzt hier abbauen und bevor es jetzt hier anfängt zu tode zu ruckeln werden wir uns mal ein zwei drei schalker kisten nehmen beziehungsweise holzrechte ein zack zack nochmal zwei stück geben die ist noch voll und die ja alles was jetzt hier irgendwie mitzunehmen ist ist gut hier die können wir auch da reinspeisen wir könnten hier die vier eventuell da rein tun weil dafür können wir nämlich ein stack glas da reinspeisen und die 21 auch super 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 schön dort das weg so und dann noch mal einmal eine dinge sein und ja noch mal so viele glasflaschen damit damals mal gemacht verrückt wird jetzt auch gerade die kiste hinsetzen einfach dass wir noch mal den platz für die sachen haben so und richter genau weg raus damit und haben wir noch richter da haben wir noch richter sein wir hätten noch eine eine da unos box ist so das reicht natürlich nicht wir müssten eventuell kisten haben oder diese kiste dies war das sogar platz und könnten hier mal gucken hier ist alles nur mit glas voll also können tatsächlich jetzt erstmal hier was reinschmeißen einfach dass wir die sachen aufsammeln können wir nicht ja ok ok habe ich ja nicht so nicht gewollt habe ich so doch nicht gewollt das heißt wir müssen tatsächlich doch noch mal ein paar da reinschmeißen und da gucken wir mal was wir einsammeln können auch nicht so viel na doch nicht ja wir haben sie alle zumindest zumindest schon mal irgendwo eingesammelt die frage ist jetzt ja nur wie machen wir das am besten ich meine wir können jetzt erst mal nicht so viel mit dem aber wir können die mitnehmen zwei stück schon mal und dann fliegen wir mal kurz über unser lager weil das wird nämlich jetzt höchstwahrscheinlich in den nächsten ein zwei minuten überquellen gehe ich mal ganz stark von aus na das geht doch dies geht noch aber hier wird wahrscheinlich jetzt gleich ganz viel an scheren ankommen und alles voll voll dampen ja da kommt jetzt erst gern an das sehe ich schon mal was wir dafür machen müssen ist wir müssen erst mal gerade einen overflow lager quasi generieren mit kisten mit 16 kisten ich hoffe mal die reichen die reichen nie im leben aber die brauchen wir jetzt erstmal das heißt wir werden hier jetzt glas reinpacken da und da auch also glasflaschen und des weiteren werden wir das hier abbauen werden den sand tatsächlich nehmen und hier noch mehr glas produzieren das ist ja nicht schön aber wir werden hier den hier nehmen und werden den da reinsetzen und die kisten brauchen wir noch zack perfekt also hier werden wir dann die scheren reinschmeißen hoffentlich denke ich so wir könnten ja jetzt hier einfach so mal zack 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 so und dann können wir nämlich hier jetzt anfangen und scheren reinschmeißen die können wir nämlich auch schon mal rausnehmen sehr schön alles mitnehmen super wunderbar wir haben zu viele scheren also eigentlich können wir es auch fast wegschmeißen aber weil das eisen ist ja quasi nur noch überfluss das eisen ist ja nur noch überfluss wir können dann auch gerade den sand da reinschmeißen zack nochmal laufen lassen den ofen weg zack 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 einfach alles hier rein den trichter können wir auch eigentlich mal kurz da reinschmeißen dann wird er auch irgendwann mal wieder kommen und weiß nur noch nicht ganz wann na das hat ein ende von den scheren wahrscheinlich da hieß auch meine manningschere die wollte bin ich da reinschmeißen eigentlich die wollten wir eigentlich nicht da reinschmeißen aber die haben wir wahrscheinlich da reingeschmissen wo wir wo wir das ganze weißt schon hier die zack 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 so was haben wir noch da schönes können wir jetzt erstmal laufen lassen so noch eine schere wunderbar noch eine schere so haben wir hier noch scheren drin ja da ist noch eine schere drin hier ist keine schere drin hier sind jetzt noch ganz viele glasglaschen drin die sich jetzt so nach und nach hier durchdrücken können ne ja 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 glas das ist sehr gut dies ist sehr viel das kann jetzt erstmal hier ruhig ankommen was kommt hier so schön ist gerade im durchschnitt an wollen wir denn hier die glasflaschen sehr viele glasflaschen so sehr viele glasflaschen haben wir da hier so eine schere die können wir noch hier reinschmeißen also noch nicht so viele noch nicht so so sehr viele aber schon ein paar und da kann man jetzt eigentlich gucken nur dass man den rest halt tatsächlich noch bringt und guckt was man mit den sachen macht eventuell schmeißen wir die dann tatsächlich nächste folge weg aber ja das sehen wir dann das sieht sowieso kahl aus so 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 leer das ist irgendwie so so ungewohnt aber gut das ist dann noch ein paar folgen so wahrscheinlich das ist dann noch so ein paar folgen so perfekt wir sehen uns dann sonst in der nächsten folge da wird es gefallen das ist noch eine positive bewertung da oder ein abo und bis nächste folge tschau Leute